Markus Lanz, Ex-Angela enthüllt, möchte auf eigenen Beinen stehen. Über ein Jahr ist die Trennung von Markus Lanz und Ehefrau Angela mittlerweile her. In der Zwischenzeit ist bei der 42-Jährigen viel passiert. Sie hat neue Träume und Ziele, und sie möchte nach zehn Jahren wieder in die Berufswelt zurückkehren. Selbstbewusst geht sie ihren Weg. Mit ihrer eigenen Geschwindigkeit. 15 Monate nach der Trennung von ihrem Ehemann, ZDF-Moderator Markus Lanz, 55, hat die 42-Jährige ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen. Bisher hatten für Angela Lanz ihre Töchter Priorität. Um der Verantwortung gerecht zu werden, hat die Zweifachmama deren Schulzeit genutzt, um Sport zu treiben und als Influencerin für ihre Follower interessante Videos und Posts zu erstellen. Ihren Alltag beschreibt die Betriebswirtin im Interview mit der Gala so. Ich stehe um sechs Uhr auf, dann müssen die Kinder zur Schule, da ist's bei uns meist trugelig. Wenn alle aus dem Haus sind, kümmere ich mich zwei Stunden um meine Mails, bevor ich zum Sport gehe. Da verfolge ich einen klaren Trainingsplan mit sechs Einheiten pro Woche. In Bezug auf ihren definierten Körper gab sie zu verstehen, mir ist es wichtig, Frau zu bleiben. Die quirlige Wahl-Hamburgerin verrät auch ihren Herzenswunsch, sie möchte nach zehnjähriger Pause wieder arbeiten. Sie habe schon immer wahnsinnig gerne gearbeitet und brauche auch etwas für meinen Kopf. Von anderen alleinerziehenden berufstätigen Müttern weiß sie, dass es nicht leicht ist, die Mutterrolle mit dem Job zu vereinen. Doch Angela Lanz zeigt sich optimistisch und sagt, trotzdem bleibe ich positiv, dass ich das schaffen werde. Ich möchte und muss absehbar wieder auf eigenen Beinen stehen. Auf Erfolgskurs, Sport ist Angelas großer Ausgleich. Vielleicht kann die Sportskanone auch ihre Leidenschaft zum Beruf machen. In jedem Fall wird der Sport eine wichtige Konstante in ihrem Leben bleiben. So hat ihr dieser bereits in Krisenmomenten geholfen. Man kommt einfach raus aus seinem negativen Gedankenkarussell. Wenn ich nicht glücklich bin, schnappe ich mir meine Laufschuhe. Danach geht es mir besser, gesteht sie und strahlt Zuversicht aus. Der nächsten Herausforderung stellt sie sich in wenigen Tagen. Dann nimmt sie an der Hyrox-Weltmeisterschaft in Frankreich teil. Den Europameistertitel konnte sie in der hochintensiven Fitness-Sportart bereits gewinnen. Nun soll dieser Erfolg auch bei der WM gelingen.